Luftbildaufnahme mit Drohne. Präsentieren Sie Ihre Immobilie oder Ihr Event aus der Vogelperspektive. Schnell und effizient, professionell und preiswert. fliegenderkameramann.de Wir haben heute einen Pop-Up-Radweg eingerichtet auf der Lehstraße zwischen Westpark und Westring. Heute ist der Weltfahrertag. Heute wurden in über 20 deutschen Städten solche Aktionen durchgeführt. Und wir in Bochum sind dabei, weil auch wir uns für eine verbesserte Fahrradinfrastruktur einsetzen. Und da sind insbesondere Pop-Up-Radwege eine gute Möglichkeit, weil sie sind sehr schnell eingerichtet. Man muss eigentlich nur einen Fahrstreifen zum Fahrradweg umdeklarieren. Das ist auch mit wenig baulichem Aufwand schnell gemacht. Und dann hat man ein angenehmes und vor allem konfliktarmes Fahrradfahren neben dem Autoverkehr, der auch weiter ungehindert weiterfließen kann. Und das haben wir heute hier mal wieder bewiesen. Es waren 250 Radfahrerinnen und Radfahrer dabei bei bestem Wetter und freuen uns, dass es so gut funktioniert hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017